Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Video. Ich werde jetzt für die Aufnahme gestartet. Für die, die jetzt in der Konfi sind, wir spielen Hunger Games auf dem Server Timodia. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben, das ist übrigens das zweite Mal, das wir jetzt spielen. Weil die erste Runde bei uns allen nicht gerade gut lief. Sollte jetzt gleich in ein paar Sekunden losgehen. Und wir bleiben einfach alle in der Konfi. Und wir heben miteinander. So, auf geht's. In der Mitte. Sind da eigentlich die gleichen Sachen drin wie letztes Mal? Boah Junge, was hat denn der für ein Problem, der Kunde? Scheiße, lass mich hoch. Spark of Phoenix, 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 Spark of Phoenix sterben. Einfach mal in Ruhe hier. Hinterher, den kriegen wir. Nein, was hast du? Ja, ich hatte einmal mal gar keine Kiste rausgeräumt, wie geil. Gleich schon raus. Haha, nicht, nicht, nicht. Da war ich vielleicht gar nicht hoch komplett. Geil. Ja, ich dachte, ich soll ihn rechnen. Das war viel Hunger Games. Immer ohne Scheiße. Ich bin der Einzige, der am Spawn ist. Und hier sind noch Kisten zum Teil so voll gewesen. Ja, so war es bei mir letztes Mal auch. Wie geil ist das? Hast du alles? Boah, ich habe jetzt hier einen Kompass, fünf Pfeile, zwei Knochen, vier Brote, einen Wolf, ein Schwert. Aber lass mich raten, keine Waffe. Keine Waffe. Doch, ein Holzschwert. Okay, gut. Drecksimmer. Scheiße. Ey, Hauptsache es rennen alle weg oder gucken ja auch nicht richtig in. So war es bei mir beim ersten Mal. Bin ich auch ewig gewesen. Was bringt denn gleich nochmal Poison? Poison? Ja, stimmt. Was? Poison ist eine Heavy Metal Band. Die war was? Bin nicht der erste, der ja gestorben ist? Meinst du Potion vielleicht? Ähm. Poison. Weil mein Mikro hier steht, habe ich meine Tastatur nicht gesehen, habe alles möglich gedrückt und nicht das, was ich gebraucht habe. Ey. Ey. Kein Friedensvertrag. Was willst du? Ey. In deiner Hand. Oh, oh, oh. Oh, du kleiner Fenner. Nein, Junge. Ey, du machst so einen Arsch. Warum macht ihr jetzt gegenseitig fertig? Oh, Junge, ey. So viel zum Thema. Irgendwie haben wir uns alle lieb, ne? Ja, das geht ja gleich los am Anfang. Ich bin auch schon raus, Tom. Vorne rum und dann hinten rum. Auf dem Dach oben drauf. Ja, war es genau richtig, dass ich Spark vorhin gekillt habe? Ist ja ja nichts. Ja, gib mir das mal auf, damit wir was vom Aufnehmen haben. Hab ich nicht gesagt. Finde ich auch. Ey, du, ja. Schön. Ich dachte, das geht für alle. Ey, ich habe das gar nicht gehört, ehrlich gesagt. Jetzt werden die mir merken, ey. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich natürlich verschont. Ja. Sicher. Hast du den Bogen gekriegt? Ich hatte auch noch, glaube ich, ein paar Pfeile drin. Bei mir warst du die Scheiße, die ich alles fallen gelassen habe, der Arsch. Der kann das jetzt alles einsammeln. Ich bin zu blöd, hier zu treffen da irgendwie. Nein. Komm her, was ist denn das für einer da? Nein, nicht essen. Wo ist mein Schwert? Hallo. Wo ist denn der hin? Versteckt er sich? Ich guck mir 200 Meter laufende Olympia an. Ich guck mir 200 Meter laufende Olympia an. Was ist denn der jetzt? Der war hier doch. Das ist bestimmt wie unter Wasser. Nee. Strange. Der hier hin? Oh, leck. Komisch. Jetzt ist er weg. Sowas aber auch. Wieso hat man überhaupt 7 Bottles of Enchanting? Also ich meine, bringt mir sowas. Kann ich irgendwann verzauern hier? Da ist er, da ist er. Ja, es gibt. Es gibt. Die hast du von mir eingesammelt. Nein. Bam. Nein. Ist er tot? Nein. Komm, komm, komm. Tot, 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 tot. Was, 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 was. Jetzt, 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 hier. Guck, guck her, komm her. Ah, tot ist er. So. Dana Rule ist hier. Boah. Zwei Leute, ist er geknitt. Ihr seid nicht alle tot bis auf. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, ich habe einen Bogen. Wer noch? Ich. Boden. Okay. Wir beide. Alles klar. Ich habe aber kaum was und ich finde auch nichts. Ich habe immer erst mal. Ich habe 36 Pfeile. Wie geil ist das? Äh, 63 Pfeile. Was? Ich habe acht. Kein Schwert. Und einen Bogen und ein Schwert. Aber das Schwert ist schon halb kaputt. Halb kaputt. Wo ist denn jetzt hier der nächste? Der nächste Opfer. Oh, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Wann gewinnt man? Und das haben alle gekippt oder wie? Genau. Wenn du jetzt da überlebst. Ah, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich habe ein pinkes Schweine. Äh, Schaf. Das ist ein pinkes Schweine. Äh, das ist ein pinkes Schweine. Äh, das ist ein pinkes Schweine. Äh. Hier war noch was. Irgendwie nicht. Ist oben auf den Bäumen sind da auch Kisten? Äh, teilweise. Also, ich weiß nicht genau. Habe euch zu denken. Ist mir zu langer Weg. Ich dachte hier war irgendwie einer. Aber hier ist nur so ein Chicken. Und so weiter. Muuu. Sonst sehe ich hier auch nichts. Rein gar nichts. Aber jetzt ist halt hier wieder so weit. Wie viele leben jetzt noch? Äh, weiß ich nicht genau. Das wird aber im Chat stehen gleich. Im Chat. Achso. Achso. So eine automatische Meldung oder was? Ne. Das muss man schreiben. Äh. Du meinst, ich muss den Chat fragen. Wie viel leben noch? Und dann was sagen alle? Ja, zum Beispiel. Achso. Oh, ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Wo ist der Mongo? Muuu. Okay, aber das war ein Tier. Hier. Bin ich mir jetzt nicht quite sure about. Ein rosa Schaf. Das wird es gewesen sein. Das wird es gewesen sein. Was macht nochmal dieser Apfel? Der leuchtet. Der gibt immer schnellere Wiederheilung und so was, ne? Ja. Regeneration. Ne. Brauche ich doch nicht. Esse ich Brot. Ne. Dann, dann tun es auch. Esse ich Brot. Wo? Wo? Wo sagen wir? Ich habe es jetzt noch keinen gesehen seitens Spawner. Ich, äh, nur die ich getötet habe. Die sind jetzt tot. Du bist aber ein ganz schön krasser Wund. Irgendwie kenne ich den Namen. Ich weiß nicht woher. Fünf kills. Du hast schon fünf kills? Jo. War nicht schlecht. Ja, ich sehe gar keinen. Ich habe drei gesehen und drei gekillt. Außer jetzt beim Start direkt halt, ne? Logischerweise. Ja, wo sind die denn jetzt hier? Ich finde wir hätten uns gegenseitig nicht so kühlen sollen. Ja, ich habe das irgendwie ein bisschen verpeilt. Ja, habe ich gemerkt. Warte mal, ich gucke mal wie lang meine Aufnahme ist. Das weiß ich, wenn ihr noch Zeit habt, dann können wir vielleicht noch eine machen. Und dann, keine Ahnung, vielleicht müssen wir es zusammenspielen oder so. Ja. Cool. Eine Minute und elf? Das war ein bisschen lang. Ich hätte einen ganzen Diamantblock gefunden, aber ich kann ihn nicht abbauen. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich laufe hier rum und niemand ist da. Jetzt bin ich wieder hier. Morgen, erster Schultag. Echt? Mhm. Du hast noch zwei Wochen Ferien. Ich habe noch sieben Wochen Urlaub. Nix, äh. Wieso? Urlaub hast du denn, äh, CV fertig danach oder? Studium. Komm dann jetzt. Und die Schnurium. Hm? Das hier nirgendwo jemand ist? Bist du eigentlich nicht? Wo sind die Treffpunkte, wo jemand sein könnte? Keine Ahnung, einfach suchen, drumlaufen. Dann mach ich nicht. Ich sehe gerade zwei von mir. Echt? Steck mich dann auch nicht her. Wie machst du das, dass du die siehst hier? Was ist das denn? Tchuu, tchuu. Ich sehe höchsten Schafe. Ja. Auf. Oh. Schafe sich da für viele. Oh Mann. Ja, hola. Hier führt eine Treppe ins Nichts. Warum denn? Ach, da ist eine Kiste. Und da ist nichts drin. Oh Mann, Junge. Ach, ich habe zwei Schwerter. Wie cool ist das denn? Gut, gut. Wenn wir uns irgendwo treffen und du kriegst mir eins. Ich habe einen Wolf. Ist ja cool. Ich habe einen Wolf. Nein. Wo ist der Typ? Nein. Wo ist der Typ? Armin. Bist. 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 Ich glaube, ich hätte dazu jetzt überhaupt nicht daherlaufen müssen. Da ist jemand. Oh mein Gott. Ja, ich habe einen Hund, ich habe einen Hund, ich habe einen Hund. Los, los, schnapp ich den Year, rauf da rauf da rauf! Da vorne ist ein Mongolhund. Lauf dahin. Wo ist denn der? NEIN, NEIN, der hat ein scheiss Schwert. Der keist den Hund an, der keist den Hund an, Regeneration, der hat den Hund gekriegt, doch, aber irgendwie war der da drauf hier, hab ich das Gefühl gehabt, Hammermonoration, bam, bam, komm schon, nein, 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 oh, fuck, nein, gibt's doch nicht, ja gut, er bin wieder gestorben, es hat so nicht sein sollen. Lebt noch irgendwer von euch? Ja, ich lebt noch. Nö. Ich hab noch keinen gesehen, noch keinen getötet, noch gar nichts. Und rate mal, wer schuld war. Du hast alle getötet. Nein, als er gefragt hat, hab mal jemanden lebt, ich hab gesagt, nö, und rate mal, wer schuld ist. Aber ich verstehe nicht, wieso der mich getötet hat, der hatte eigentlich, glaub ich, auch nur einen Holstchen wert, und mein Hund hat den angegriffen, ich hatte vier Schläge, und der ist nicht gestorben. Cheater, mit Sicherheit. Naja. Die Videos dann morgen hochladen, so 14 Uhr, 15 Uhr, oder wie habt ihr's angedacht? Soll ich ihn dann bitte schön hochladen? Wollte ich auch fragen. Ich schneid mein so ein bisschen zusammen, dass ich gleich so drei, vier Minuten hab. Ich mach ein Ein-Minuten-Video. Hallo und herzlich willkommen. Aber ich glaub, ich mach's auf dem zweiten Kanal. Na, oder so. Na, ich mach's auf meinem Normalkanal, und dann mach ich drei, vier Minuten zusammengeschnitten, das ist, glaub ich, schon ganz lustig. Und dann mach ich beide Runden zusammengeschnitten. Von der ersten Runde nicht so viel. Ja, und dann passt das. Ich lad's dann für 15 Uhr, schätze ich mal hoch, ja. Gut. Dann mach ich mich mal ein Schneiden, muss morgen um 6 Uhr wieder aufstehen, Schule. Hab heute nur vier Stunden geschlafen. Muss reichen. Weil wir bis sechs unterwegs waren und dann um 11 Uhr wieder aufgestanden sind. Tja, dann bin ich mal weg. Hau da rein. Ciao. Servus. Tschüss. Jetzt bin ich auch nicht mehr. Ja, wir treffen uns mal. Mhm. Ich war grad am Spur. Und zwar wegen einem relativ idiotischen Problem. Komm her, du geiles Sau. Ich will dein Fleisch. Ich muss sie einfach mal weg. Okay. Ich will eben noch. Wir leben noch. Wir leben noch. Wow. Hier geht es tief runter. Stimmt. Ich habe einen Kompass. Ich bin noch elf. Ich wollte zu. Okay. Ich habe eine Kiste mit vier Brot. Das ist gemein. Nein. Wenn ich mal was habe ich direkt getötet. Unfair. Oh, sowas von. Wir können jetzt zwölf leben. Da oben. Und auch die anderen anderen. Oh, das war ganz schön knapp. Eigentlich sollte ich das mal nicht angreifen. Was ist denn jetzt? Ja. Ja. Das wird auch hier oben sein. Minecraft-Bucket ruft gerade an. Warum nicht hier die Konti mit reinziehen? Ja, ja. Jetzt ist er unten. Da. Oh, hallo? Hier ist noch jemand in der Aufnahme, gell? Nur so nebenbei. Oh. Guten Tag. Ne, wir haben dich jetzt mal mit reingezogen gerade, weil ich hier auch noch mit drin war. Achso, ne, weil ich wurde schon rausgeschmissen. Ne, ich war ja weg und meine Kuppel ist auch wieder verschwunden. Hm. Ich hab eben gehört, was du im Video da gelabert hast. Das hast du laufen lassen, als du weg warst. Ja. Darfst du aber mal abgelaufen, deine Runde, die du aufgenommen hast. Du hast die ganze Zeit kommentiert und gesagt, hey, was geht jetzt noch? Oh, das sind irgendwie... Lol, okay. Ein kleines Fight-Match. Wie sieht's denn bei euch aus, wer lebt noch? Schon wieder ne neue Runde. Meine geile Mats lebt noch und noch irgendjemand. Ich lebe auch noch. Sehr gut. Sehr gut. Ich finde immer noch niemand. Ne, gerade eben, keine Ahnung, war ich ja AFK die ganze Zeit. Deswegen, keine Ahnung, was mein PC machen musste. Ich hab das ganze gerendert. Ich lass dann morgen irgendwann hoch. Jo, ich weiß nicht, wie ich hochladen soll bei der zweiten Aufnahme. Jetzt hab ich nur eine Minute. Oh. Okay, ich hab sieben Minuten geschafft. Jetzt mit so zusammengepressten Zehen. Döner schuld. So. Mann ey, ich hab letztens mal bei so einem Gewinnspiel mitgemacht, aber ich bekomm meinen Gewinn nicht. Ist das nicht asozial? Was hast du gewonnen? Ach, keine Ahnung. Ich wusste noch nicht mal, dass ich da Teil genommen hab. Ich hab den zufällig zum Amerikaner in den DN geschickt. Und ich wusste gar nicht, dass ich da mit an seinem Gewinnspiel mitmache. Ich wusste überhaupt nicht, dass er eins am Laufen hat. Und dann lädt er so ein Video hoch und ich seh so die Gewinner unten. Ich hab den Minecraft-Bucket. Hä? Was mach ich denn da? Oh, ich glaub ich bin hier irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Ne, das sieht ziemlich... Ne. Da kam ich auch nicht. Ich hab den Kopf. Ne, das heißt würde ich nicht sein. Ich hab den Kopf. Ich hab die Kopf. Ich hab den Kopf. Ich hab den Kopf in die erste Luftgeament. Und ich hab den Kopf. Das war's. was für eine stille Tim, wenn ich mal so gucke, du machst ja total viele Hunger Games Videos eigentlich, oder? Ja, das sind aber andere Hunger Games Also sechs habe ich bis jetzt hoch Ja, ich scroll da gerade ein bisschen durch Da ist ja ein bisschen was Minecraft 1.1 in 60 Sekunden Boah, ist schon eine lange Zeit lange Zeit Alter, ich kann nicht mehr treiben, ey So Thomas, schon seit dem 28.2. Video 2011? Äh, ja Boah, ist schon lange, einmal Geburtstag Yeah Boah, ist schon lange schon Alter, der war so einer der ersten Kann das sein? Nee, nicht wirklich Also Früher War so einer der ersten Ich glaube, ich habe April angefangen Dennis, wann hast du angefangen? Das ist auch erst im August, oder so? Oh, so April, okay Wenn ich mal die anderen gucke About Minecraft Wie lautet der Befehl, gehe ich nochmal, den ich eingeben muss, damit ich ihn mit dem Kompass verfolgen kann? Locate, glaube ich, ist gleich Locate und ein Spieler nach Ja, genau Aber du lebst noch? Nee So Dann Dann hast du wahrscheinlich auch einen Kompass, oder? Doch So Versuchen wir mal, den B-Baller zu finden Ne, 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 ne Da, da Ja, wo ist es denn? Wo sind die anderen eigentlich alle hin? Sind die anderen alle verschwunden? Also Kalturio ist essen gegangen Dööö, die näher muss morgen früh raus Boah, wie wurde es denn essen, ey Shuffle ist Olympia gucken Und was laufen für eine Disziplin? Was ist jemand? Keine Ahnung Also eben war 100 Meter Lauf Na, ich sag mal ganz im Ernst Ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht Beziehungsweise wenig für Olympia Ich weiß einfach mal so, ich guck das Oh Wo bin ich hin? Ich guck Basketball meistens Kann das sein, Tim, dass du gerade irgendwie nur auf dem gleichen Fleck stehst? Ne, ich laufe hier rum und suche Aber ich bin jetzt gerade einen Berg hochgeklettert Deswegen kommt es vielleicht so vor Hi Ich versuche jetzt mal den Lero das zu kühlen Wenn er dich gekühlt hat Kommt ihr alles an Gamescom? Ne, ich nicht Zu nah dran Also ich wohne direkt in Köln Aber ich gehe trotzdem nicht hin Weiß nicht, weil es mich eigentlich nicht interessiert Außer Minecraft spiele ich eigentlich kaum Spiele Und Dann Okay, ich könnte da vielleicht hingehen Wegen den ganzen Leuten, die da sind Aber sonst Ja, ne Ja, ich muss so Ein bisschen weiter Keine Ahnung Eine Stunde oder so Muss ich da hinfahren Aber Ne, ich gehe auch Ich glaube, ich gehe auch Wegen den Leuten Mal so ein bisschen gucken Was so Was neu ist Ob ich irgendjemand treffe Den ich jetzt kenne Über Keine Ahnung Was auch immer Mal so Ja, der Eintritt glaube ich war letztes Jahr gar nicht so teuer Ich glaube, ich habe 8 Euro oder sowas bezahlt Also ich glaube da dran Das war Cross 16 oder sowas Oder 18 Ja, ne Ich glaube ich habe mir Ich habe mir glaube ich letztens Mit Kumpels bin ich irgendwie an der Family-Karte oder sowas dran gekommen Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das geschafft haben Aber irgendwie haben wir eine Familienkarte bekommen Und dann Läuft das Spiel immer noch? Ja Da kommt noch jemand von hinten Oh ja, ich bin Siehst Jetzt wird er von hinten Dann greife ich an Warte Und Jetzt Ah, treff doch jetzt mal Der hat kein Pfeil glaube ich Oh, der hat Sachen, die von mich jetzt Vielleicht Hm Nice Okay, das stand eigentlich so Das ist ein Aufentzeugendiamant und so Hinapellen Jetzt muss ich mal für Sachen wegwerfen Great job Äh, hast du jetzt Sachen aufgesammelt? Hm, oh ja Ach, ich bin so aus der Luft mir irgendwas zugeschlüssen So Schuss Gut Oh, hier gibt es sogar ein Dorf. Weihnachten war ich schon mal in dem Dorf hier hinten, in dieser Venedig-Stadt oder sowas, wie man das auch mal nennen kann. Bestimmt. Bestimmt. Andreas, du lässt die Sachen lieber da liegen, falls andere kommen. So, ist jetzt noch da. Jetzt endlocate ich mal Zollstocks. 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 Bis dahin, ne? Tschüss. Tschüss. Ich weiß sogar nicht, ob der die jetzt gemacht hat, die ich meine. Auf jeden Fall ist das einfach so ein stinknormaler Baum. Unten wird dann per Piston der gesamte Stamm nach oben geschoben. Dadurch ploppen die ab und oben ist dann so eine, wie nennen wir das? So, so eine Intelligent Piston oder so. Oder Smart Piston nennen die das alle. Jetzt wieder zurückschäben, oder? Genau. Achso, nö, das ist nett. Meiner ist 20 Block hoch, so ein Stamm. Und rundherum hängen die dann dran an allen vier Ecken. Und beim Ernten geht oben ein Wasserstrom, der die dann abspült. Okay. Das ist schon wieder so jemand weit oben. So, Ende. Die ist dann mehr so Survival-tauglich, finde ich. Ja, die von, also, die ich eben erzählt habe, die ist auch gut eigentlich. Achso, ich meine jetzt weniger Pistons und so. Warum ist das dann Survival-tauglich? Materialien sparender. Achso, ja, schon. Aber du brauchst eigentlich nur zwei Pistons. Achso, ja, gut. Oh, mir ist da gerade noch ein anderes Design wieder eingefallen. Oh, ich habe keine Bock mehr hier rumzulaufen. Weil ich denke mal, ich habe eine gute Chance zu gewinnen. Und ich muss irgendwie hoch. Ich bin aber auch erst mal raus, dass mit den Aufnahmen war so ziemlich ja fail. Es kann jetzt sein, dass der Anruf abbricht, weil ich der Hoster bin. Wenn ich mich dann noch mal anrufe. Mhm. Oh, ich habe jetzt alle wieder anrufen. Boah, ich finde die einfach nie weiter. Ich sehe es. Oh, Mann. Warte, jemand? Da ist jemand. Jürgen, wow. Jetzt ist mein Sound irgendwie leiser. Du, dafür bist du jetzt irgendwie klarer. Bei mir zum Beispiel. Du hast dich jetzt ernst fresh an. Wie höre ich mich an? Fresh. Da habe ich gerade frisch gemacht. Extra für Skype. Will ich ja auch hoffen hier. Siehst du mich eigentlich, oder bin ich für dich auch unsichtbar? Nö, sehe dich nicht. Oh, Mann. Küsst du. Natürlich leer. Gibt es denn hier irgendwie ein Zeitlimit? Oder einfach wirklich bis man... Also nach einer bestimmten Zeit werden die Tribute sozusagen in die Mitte gedrängt. Also zum Spawn. Mhm. Ich muss jetzt auch mal in Richtung Spawn gehen, um auf diese Inseln zu kommen. Oder ich port mich hoch, wenn ich es schaffe. Nein. Nein. Fuck. Gestern. Ach, gestern. So ein Scheiß. Oh nein. Oh, flog der Wechsel rum. Genau in die Kante. Haufen Äpfel, Kohle, Speed Potion. Ja, aber das ist lieber da. Äh. So, dann beende ich auch mal die Aufnahme. Mal gucken, was ich jetzt davon hochlade. Ja. Weil es am Ende ein bisschen fail, aber was auch mal. Also wenn ihr die Maps selber spielen wollt, dann ladet euch sie runter. Das wird bald sicherlich in der Beschreibung stehen. Oder kommt eben auf Timolia. Gut. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Andreas. Servus. Und bis zum nächsten Mal.